Thomas Bachheimer, seines Zeichens Chefökonom der Goldvorsorge, ist auf 1 Zuschauern bereits sein vertrautes Gesicht. Er lebt seit letztem Jahr in Dubai und deshalb nehmen wir die Gelegenheit wahr, anlässlich seines Österreichsbesuchs einmal ausführlich über seine Wahrnehmung der Entwicklungen auf der arabischen Halbinsel zu sprechen. Herr Bachheimer wird zudem einer von mehreren fachlich beschlagenen auf 1 Korrespondenten sein, die uns ab unserem TV-Start im Herbst im Rahmen unserer laufenden Berichterstattung begleiten werden. Ich habe mich letzte Woche mit Herrn Bachheimer ausführlich unterhalten. Steigen wir gleich ein in das Thema. Es tut sich in der arabischen Welt momentan sehr viel, von dem man hier eigentlich kaum etwas mitbekommt. Also es tut sich da speziell in Saudi-Arabien, mitten in der Wüste, ein konkretes Projekt auf, das in seinen Dimensionen... ...umfassbar ist. Also wenn ich da gleich darauf replizieren darf. Wir hatten in Saudi-Arabien bisher immer nur die Söhne des Staatsgründers Abdul Aziz. Und jetzt zum ersten Mal, nachdem der saudische König, der auch noch ein Sohn war oder ist, schwer erkrankt ist, haben wir mit Mohammed bin Salam den Kronprinzen einen Quantensprung im Alter. Der ist 50 Jahre jünger, ist ein 85er Baujahr und der sorgt für einen Generationswechsel auch stimmungsmäßig im Land einmal. Also er wird eine neue Führungsfigur der arabischen Welt, kann man das so sagen? Das Absolute. Er hat 2018 schon bekannt gegeben. Ich war vor einer Konferenz, wo alle GCC-Staaten versammelt waren und da hat er gesagt, ich werde nicht sterben, bevor wir nicht die Industrieregion Nummer eins auf der Welt werden. Wir werden das neue Europa werden und hat das angekündigt und dann gleich darauf Maßnahmen folgen lassen. Es ist jetzt ein strategischer Schritt der Saudis, die sagen, okay, das Öl verliert an Bedeutung. Das Öl hat uns reich gemacht über 150 Jahre. Jetzt ist es Zeit, etwas anderes zu unternehmen und genau das tun sie jetzt. Können Sie das beschreiben, was da genau gerade passiert? Er hat eben diese Maßnahmen folgen lassen. Das ist die Vision 2030. Kann man auch vergoogeln. Da gibt es unzählige Maßnahmen. Dafür wurde ein Public Investment Fund, der PIF, geschaffen. Dieser PIF ist natürlich betreut vom Kronprinzen höchstpersönlich. Man versucht hier Industriebetriebe nach Saudi-Arabien anzuziehen. Man kriegt 50 Prozent des Investitionsvolumen als Kredit vorgeschossen. Damit die Leute überhaupt daran denken, in dieses Land zu gehen, wird das Projekt Neum geschaffen. Das besteht aus drei Subprojekten. Die Laien werden Sie wahrscheinlich schon einmal gehört haben. 175 Kilometer Stadt, der Neuma Industriekomplex und noch ein Tourismuskomplex. Und das Ganze soll dann bis 2030 neun Millionen Einwohner haben. Das ist unvorstellbar. Also gigantische Bauvorhaben. Gigantisch. Und auch Anwerbe. Natürlich. Anwerbe. Sie haben steuerliche Anreize natürlich dort. Für Arbeitnehmer in Saudi-Arabien gibt es keine Einkommensteuerpflicht. Es wird in der Laien ein eigenes Zivilrecht geschaffen, das jenseits des Scharia-Rechts steht. Damit Europäer sich da irgendwie auch orientieren und wohlfühlen können. Er macht Maßnahmen, die vor, wie wir Kinder waren, undenkbar waren in Saudi-Arabien. Und er reißt das wirklich ein. Er hat ja schon begonnen mit dem Frauenführerschein. Das hat sein Foto schon angeleiert, aber er hat es dann vollzogen. Es dürfen Frauen als Künstlerinnen auftreten. Er schafft Städte, die auf die Bedürfnisse der Frauen und Kinder und Jugendlichen abgestimmt sind. Das sind alles heute noch flache Erde. Wir werden gerade eingestampft und da kommen jetzt Städte innerhalb von zehn Jahren. Ja, aber die Änderungen, die Bin Salman da vornimmt, die sind dramatischer als alle Generationen, die vor ihm jemals irgendetwas für die Frauensache unternommen haben. Ja, also man darf das nicht so lobend erwähnen, weil er natürlich Machterhaltsmaßnahmen hat. Aber ich würde ihn als große Emanze bezeichnen, weil er hat die Frauen in Saudi-Arabien einmal ziemlich befreit. Und es gibt sogar in der Tabuk-Ärea, wo das Hauptprojekt steht, können Frauen auch umverschleiert, auch saudische Frauen arbeiten. Das ist schon einmal eine relative Sensation. Sie waren jetzt von Dubai aus in Saudi-Arabien und haben sich diese Bauprojekte, die dort schon in Arbeit sind... Leider, die habe ich mir nur erzählen lassen können, weil ich bin nicht hingekommen. Ich war nur in Riyadh. Aber ich habe einen guten Freund, einen Österreicher, die arbeiten dort schon. Das ist ja das Merkwürdige, dass wir davon nichts erfahren. Aber da sind österreichische Firmen schon wirklich mit Großprojekten und teilweise das größte Projekt ihres betrieblichen Bestehens am Werken. Und die europäischen Medien schweigen darüber. Ich möchte dazu noch sagen, dass das Land... Ich will jetzt nicht Werbung machen, ich möchte nur sagen, wie groß die Bedrohung für den Wirtschaftsstandort Europa ist. Dieses Land hat lange Küstenlinien, liegt strategisch gut in der Nähe vom Suezkanal. Sie haben Wind für Windkraftwerke, weil das ist ja das Merkwürdige. Sie haben Sonne in einer Steinwüste, wo Kassand die Kollektoren verschütten kann. Und dass da ausgerechnet der saudische Kronprinz auf alternative Energien setzen wird, hätte sich doch auch vor wenigen Jahren noch keiner denken können. Eigentlich nicht. Wenn er sagt, er spricht davon, dass 2030 dort 9 Millionen Menschen leben, wo heute praktisch noch... 60.000 Bauarbeiter und Architekten und Planer. Und die möchte er aber aus der ganzen Welt anwerben? Er wird das aus der ganzen Welt anwerben. Er hat Energiepreise von 4,6 Cent. Jeder Deutsche und auch Österreicher weiß, was das bedeutet für den Produktionsprozess. Also er will konkret Unternehmen, also nicht nur Pensionisten, die sich dort in der Wärme ansiedeln, sondern er möchte sagen, das soll ein Wirtschaftsstandort werden. Absolut. Er will ja Europa als Wirtschaftsstandort ablösen. Das war ja seine Ansage 2018, das ist das Interessante. Und mit diesen Energiepreisen und das, was man dort vorfindet, wird er das wahrscheinlich auch vollziehen können, indem er ja auch mehrere Billionen in diesen Public Investment Fund steckt um. Wer hat so viel Geld, so viel Land, so viel Küstenlinie? Sie haben das geflügelte Wort damals geprägt von einem Monte Carlo mit Produktivität, das hier am Entstehen ist. Das war das Erste, was mir eingefallen ist, weil natürlich muss man zuerst einmal wohlhabende Unternehmer anlocken. Aber das machen halt andere Städte wie Dubai und Monte Carlo auch. Aber er macht es dann so, dass man wirklich der Produktivitätsprozess beim Aufbau des Landes-Wiederaufbau, der Neuaufbau des Landes Saudi-Arabiens steht im Mittelpunkt. Also er möchte ein Wirtschaftsstandort werden, aber auch touristisch und dass die Menschen dort ansiedeln und das steuerliche Umfeld genießen. Ist bin Salman cleverer als seine Kollegen oder hat er einen heftigeren Zug zur Macht? Das wird er sicher haben, weil als Kronprinz hast du es wahrscheinlich auch nicht einfach. Er wird auch sicher clever sein, er hat gute Berater. Er hat vor allem eines erkannt, was seine Vorfahren nicht so erkannt haben, nämlich den Wirtschaftsstandort. Weil zuerst haben sie ja nur auf Ölproduktivität sich verlassen, aber jetzt merkt er auch, dass das Energieumfeld nachhaltig passt und dass er Küstenlinien hat ohne Ende. Wir sind unabhängig, weil sie uns unterstützen. Auf1 ist zu 100 Prozent von seinen Sehern finanziert. Bitte unterstützen sie uns, damit wir weitermachen können. Es war ja diese große Entscheidung, diese Energiewende, die wir hier jetzt da erleben. Es war ja, 2014 hat die Familie Rockefeller vor der UNO-Klimakonferenz groß verkündet, wir wenden uns ab vom Öl und zu den erneuerbaren Energien. Die ganze Welt hat gerätselt, warum macht diese Familie das, die gerade durch Öl zu immensem Reichtum gekommen ist. Auf jeden Fall, die Entscheidung hat Folgen gehabt. 800, glaube ich, internationale Großinvestoren aus diesem Umfeld haben diese Entscheidung sofort nachvollzogen und sind mit ihren Investments den Rockefellers mehr oder weniger gefolgt. Das heißt, es ist ein riesiger Umbruch. Das heißt, dieser Schritt, den Bin Salman jetzt vornimmt, das ist ein strategischer Um... Ja, man weiß ja nicht, was mit Öl weiter passiert. Wird es natürlich für die industrielle Produktion nach wie vor für Reifen etc. immens wichtig sein oder wird es wertlos werden? Wie schätzen Sie das ein? Das war die Klimakonferenz, Klimakonferenz. Natürlich hat man hier uns mit im Sinne von Klimawandel, Klimaschutz und vor allem Ressourcenschonung was Vernünftiges aufgebaut, aber wenn man die Menschheit unterdrücken will, hat man ja immer was Gutes vorangestellt und in Wirklichkeit ist das ein neuer, erneuter Umverteilungsprozess. Nachdem man das einmal mit den Banken geschafft hat, versucht man jetzt über Umwelt- und Klimaschutz das zu schaffen und dass diese 800 Firmen, das sind ja meistens die üblichen Verdächtigen, die ja immer schon am Gängelband dieser Familien oder dieser Großreiche hängen. Die Putzerfische. Ja, die tun gern mit und machen natürlich alles und dann sind natürlich Medienkonzerne dabei, die das in unsere Gehirne infiltrieren und letzten Endes ist Klimaklima dafür zuständig, dass wir bei uns da die Leute auf Teberstreifen picken. Wie wird denn, Sie leben jetzt schon länger unten, wie wird denn das Verhalten Europas, speziell des deutschsprachigen Raums, im Ausland wahrgenommen? Die Klimawende, die Österie? Das ist wirklich interessant. Erstens einmal, wenn man bei uns sieht, wie wir die bolschewistischen Autos, die 90 PS-Autos noch niederknüppeln und dass man schon fast der Gangster ist, dort geht man in den Gastgarten und dort unten ist es natürlich heiß und jeder Tisch hat eine Klimaanlage in dieser Größe und wenn du so schnell kannst gar nicht schauen, kommt schon der Kellner und blast die an und die Klimaanlage im Freien, ja, also das muss man schon und da rennen ein paar tausend Klimaanlagen dort und auch die Menschen natürlich, die Emiratis selbst, die sagen, wir sind wahnsinnig geworden, aber noch viel frappierender ist, ich bin jetzt vier bis fünfhundert Mal mit UBA gefahren, das sind zumeist pakistanische, nepalesische und indische Fahrer und du steigst ein, der fragt dich, woher du bist, ja, und dann sagen, viele reden an einen an und sagen, was ist mit euch da oben los, das ist ja wahnsinnig geworden, die können das überhaupt nicht nachvollziehen und die können auch ein bisschen rechnen und sagen, ja, das kleine Zentraleuropa, Österreich, Deutschland und ein bisschen Skandinavien wird ja das Klima jetzt auch nicht retten, weil die anderen fahren Vollgas und ein Höhepunkt für mich war, das kann man sich als Kind der 60er, 70er nicht vorstellen, dass man den Pakistanis leid tut. Das ist ein echtes Drama, aber die sind natürlich nicht genau informiert, die lesen nur die Schlagzeilen und die fragen mich zum Beispiel, ob meine Eltern eh zu heizen haben im Winter, die haben einen Kachelofen, die sind sicher. Und einer hat mich gefragt, wir haben halt so gesprochen über das Ganze und wir fahren im Auto und ich sage, ja, und ich fahre jetzt in ein paar Tagen wieder nach Österreich und der hat wirklich während der Fahrzeuge umgelegt und gesagt, jetzt hast du es schon raus geschafft, jetzt fährst du dort wieder hin. Also so ein Bild hat der pakistanische Mango-Pflücker von früher, der jetzt Taxifahrer ist, über Europa und das ist eigentlich eine Schande für uns. Ja, welche Rolle wird Europa dann einnehmen, wenn die blühenden Regionen anderswo sind? Die Rolle Moldawiens. Findest du, ja, man kann überleben, wir werden uns wieder selber unsere Sachen anbauen. Das ist jetzt natürlich überzeichnet, aber Europa hat dem nichts mehr entgegenzusetzen mit diesen Energiepreisen. Wenn da nicht eine große politische Wende kommt und die kommt erst nach einer Katastrophe, nach einer kleineren Katastrophe. Ich hoffe, dass niemand hungern wird hier, aber es wird sehr problematisch werden für Zentraleuropa. Und ein Beispiel davon hat uns ja auch gezeigt, dass der Herr Macron dich ja vor zwei Wochen beworben hat, dass er bei den BRICS-Konferenz in Südafrika dabei ist, was ja sehr interessant ist. Zu dem Thema kommen wir noch. Nein, aber nur, das ist ein Beispiel. Also es gibt schon die ersten Flüchtlinge, obwohl Macron ja Profiteur von der EU ist. Und das zeigt schon die Zerfallserscheinungen. Also die Rolle der EU, glauben Sie auch daran, dass sie zerfällt, zerfallen muss? Die EU wird es natürlich vielleicht noch geben. Vielleicht schaffen sie es auch einmal Statuten zusammenbringen, aber ich glaube, die werden reduziert auf einen größeren Kegelverein und da wird nicht viel überbleiben. Jetzt könnte man sagen, diese Pläne, die Saudi-Arabien da wälzt, das ist reine Utopie, aber geopolitisch tut sich gerade sehr viel. Jetzt ist China plötzlich dort aufgedacht und hat auch diesen Stellvertreterkrieg im Jemen, der auch schon viele Jahre läuft, zum Erlöschen gebracht und zu einem großen Friedensschluss. Die strategische Einordnung dieses Friedensschlusses. Ich muss ein bisschen ausholen. Also das Ganze hat eigentlich begonnen mit dem Ukraine-Krieg und mit den Maßnahmen gegen die russische Zentralbank. Natürlich denkt sich dann Xi Jinping als auch der Kronprinz von Saudi-Arabien. Na gut, wenn ich wieder einmal ein bisschen was Unangenehmes mache, dann frühen wir dem meine Guthaben auch ein. Und das war wirklich interessant. Die BRICS-Staaten, also die klassischen BRICS-Staaten sind Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, die haben aus einem Tennisverein, wo man halt hingegangen ist und nicht, sich wirklich zu einer Wirtschaftseinheit, wie die EU eigentlich sein sollte. Jeder ist national, souverän, aber zu einer Wirtschaftseinheit dann formatiert und das war schon zwei Monate oder drei Monate nachher im Mai, waren wir dann schon bei der Sitzung in Shanghai und da hat man dann Nägel mit Köpfen gemacht und die haben vorher schon die BRICS-Staaten beobachtet und ich habe mir gefragt, warum zaudern die. Aber da waren Indifferenzen zwischen Russland und China offensichtlich, aber jetzt ziehen sie an einem Strang. Zu diesem Strang gehört, dass man bilaterale Abkommen macht, Enttolarisierung. Weil es hat ja keiner Verständnis, warum. Braucht ein Saudi und ein chinesischer Handelspartner, brauchen die einen Dollar. Und das sind jetzt natürlich bilaterale Wege und Befriedungen geschaffen worden. Und das interessanteste bilaterale Projekt ist natürlich Saudi-Arabien-Iran, die hatten geostrategisch natürlich Probleme, weil der konservative Iran hat die Saudis nicht ausgehalten, weil die mit dem ungläubigen Westen Geschäfte machen. Die muslimische Vorherrschaft war, wie sie angesprochen haben. Und dann waren natürlich auch historische Gründe, wo man immer schon hineingeheizt hat aus dem Westen, damit der ganze Nahe Osten und Persien nicht ein Block sind. Also es war absichtlich natürlich über Jahrzehnte natürlich. Natürlich wurde da ständig hineingefeuert, weil man wollte ja nicht eine starke Regionalmacht dulden neben der westlichen Wertegemeinschaft. Die kann jetzt aber plötzlich entstehen. Die ist entstanden. Das ist definitiv so. Wir hatten fünf BRICS-Staaten. Es kommen heuer noch acht Staaten, haben bereits das Beitrittsgesuch abgegeben. Darunter Saudi-Arabien und Vereinigte Arabische Emirate. Das sind ja keine Kleinen. Und Argentinien, Iran und die werden alle folgen. Das sind alles Rohstoffstaaten. Es tut sich auch auf dem Währungssektor einiges. Ja, am Währungssektor tut sich einiges. Man muss, das muss man auch wieder ein bisschen ausholen. Das Problem dieser BRICS-Staaten, aber auch Saudi-Arabiens ist, dass die nicht ein Währungssystem haben wie wir. Ein komplettes, wo man Anleihen hat, wo man Geld packen kann, wo man sich verschulden kann und so weiter. Weil Reminby kennt, ich kenne niemanden, der Reminby Anlei hat. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich welche gibt. Und die hatten ein Währungsproblem. Und Bilateralismus ist natürlich im Handel, im internationalen Handel schwierig. Und da muss man natürlich ein Konstrukt drüberlegen. Und dieses Konstrukt wird vom 22. bis 24. August in Südafrika bekannt gegeben. Es wird aber jetzt nicht Dollar-Abschaffung, sondern es wird nur eine Handelswährung. Und der Dollar wird als internationale Settlement-Währung sinken und die werden aufsteigen. Wir sind unabhängig, weil Sie uns unterstützen. Auf1 ist zu 100 Prozent von seinen Sehern finanziert. Bitte unterstützen Sie uns, damit wir weitermachen können. Bis jetzt war es so, dass die Amerikaner zu ihrer geopolitischen Vorherrschaft, den Dollar natürlich benötigt haben und alle genötigt haben, den Dollar zu verwenden. Das hat als praktische Streitmächte die IBF, also den Währungsfonds, die Weltbank, Bank für internationalen Zahlungsausgleich und so weiter gegeben, wo man die Länder gezwungen hat oder man hat Möglichkeiten gehabt, diese wirklich zu zwingen oder bis zum finanziellen Ruin folgsam zu sein. Jetzt kommt so eine Rebellengruppe und sagt, wir machen jetzt unsere eigene Währung. Wird das geduldet werden? Oder haben die Amerikaner überhaupt eine Chance dagegen? Da gibt es zwei Dinge dazu zu sagen. Erstens, also es sind beides Fakten. Das erste Faktum ist, die Brickstaaten im Endausbau werden dann 36 Staaten sein, 60 Prozent der Menschheit und wahrscheinlich 70 bis 80 Prozent der Rohstoffe. Getreide, 60 Prozent Getreide und Reisanbau, das heißt du bist wer. Und wenn die sich zusammentun, währungstechnisch, können auch die Amerikaner nicht viel tun. Warum die Amerikaner so ruhig sind, weil man vorhin ja zu mir noch gesagt hat in den Emiraten, die Amerikaner haben uns so und das wird nicht funktionieren und ich habe aber dann immer geantwortet mit Driffins Dilemma. Und das ist eine Theorie aus den 60er Jahren, die sich bewahrheitet und das ist ganz wichtig. Eine volkswirtschaftliche. Ja, das klingt jetzt blöd, aber das muss man sagen, aber man versteht es eh gleich. Wenn ich die Weltwährung inne habe, dann muss ich natürlich die Restwelt mit Dollar versorgen. Wie mache ich das? Ich importiere mehr, als ich exportiere. Ich konsumiere mehr, als ich produziere. Und all along mache ich damit ja meine eigene Wirtschaft kaputt. Bestes Beispiel, ein machen Quartal und fahren 75 Prozent der Container, die an der Westküste USA anlanden, von Asien, leer zurück. Das kann natürlich nicht 100 Jahre funktionieren, sowas. Und die Amerikaner haben schon 2014, das hat mir der Alptow genommen. Also ist das wirklich schon so dramatisch. Autos, Harley-Davidson und so weiter. Aber in überschaubaren. Ja, weil eben die Importe und die Exporte sind in einer großen Diskrepanz. Und einer meiner Redakteure, der Alpenökonom hat gesagt, er hat 2014 schon gelesen, und das ist wirklich interessant, man hat das immer die Weltreserve-Währung als ex-orbident privilege, als außergewöhnliches Privileg bezeichnet. Ob 2014 ex-orbident burden, das ist eine außergewöhnliche Belastung. Das heißt, klassisch gesehen muss man sagen, die Amerikaner können es nicht hinnehmen. Aber letzten Endes, die mussten ja wissen mit den Sanktionen gegen die russische Zentralbank, was da passiert, wie da geantwortet wird. Und die haben das vielleicht billigend in Kauf genommen oder vielleicht absichtlich angestoßen, dass sie die ex-orbident burden, also die außergewöhnliche Belastung eines Weltwährungssystems loswerden. Und deshalb ist es... Also mit Einverständnis, mit Duldung, sie können praktisch auch nichts... Ja, faktisch. Ja, sie können nur fünf Jahre herum. Und es ist ja so, sie haben ja die Anleihenmärkte und es ist ja die bestorganisierte Währung der Welt, auch wenn sie betrügerisch ist. Aber du kannst sehr viel machen in dieser Währung, das dauert ja noch. Wir kriegen jetzt in Südafrika, bekommen wir einen Vorschlag für eine Settlement-Währung innerhalb dieser Wirtschaftsunion. Das ist aber nicht jetzt irgendeine... Keine Reservewährung. Das wird eine große Präsentation. Das wird ein... Im Rahmen der BRICS-Jahreskonferenz wird das eine große Präsentation und ja, ich hoffe auch, dass ich dort dabei sein werde. Ist praktisch schon so gut wie sicher, dass das... Wie die Ausgestaltung ist, dieser Settlement-Währung und noch einmal, das ist keine Reservewährung, das ist kein komplettes Währungssystem, das geht nicht. Weil für die Reservewährung haben sie noch kein Vertrauen. Jetzt komme ich zum wichtigen Punkt, um Vertrauen zu schaffen, einer neuen Settlement-Währung, aus einer Settlement-Währung eine Komplett-Währung zu machen, muss ich es anbinden und jetzt können wir dreimal raten, woran wir es eventuell anbinden werden und das wird natürlich sehr lustig für Euro und Dollar. Das ist eine goldgedeckte Währung heutzutage in den vier Mannes rundherum. Ja, mit Produktivität des Wirtschaftsraums. Das schaut aber dann für uns sehr fatal aus. Es schaut fatal aus, es wird die Nachfrage jetzt, wird im Dollar noch 45 Prozent des Welthandels abgerechnet, es wird schrinken, das heißt es wird zurückgehen und wenn das zurückgeht, ist die Nachfrage nach dem Dollar sinkt, wenn die Nachfrage nach dem Dollar sinkt, die Amerikaner um Geld produzieren, bei gleichbleibender Produktivität, dann sinkt die Kaufkraft des Dollars, vor allem gemessen an einer Rohstoff-Währung und wenn die Kaufkraft des Dollars sinkt, sinken alle unsere Euro-Assets mit. Das heißt die Inflation, die Kaufkraftentwertung durch die Inflation der letzten zwei Jahre, werden wahrscheinlich am Montessori-Schule sein, gemessen an dem, was bis 2030 jetzt passieren wird. Also wir erleben einen totalen Umbruch höchstens. Wir erleben den größten Umbruch seit 1945 und wirtschaftlich mit Step Forward, wahrscheinlich den größten Wirtschafts-, für den arabischen Raum, den größten Wirtschaftssprung nach vor, Technologiesprung nach vor seit. Was könnte da jetzt noch eintreffen, dass das nicht so passiert? Wenn meine Diffins-Dilemma-Theorie nicht stimmen sollte oder wenn die Amerikaner sagen, wir wollen noch ein paar Jahre, dann wird es sicher irgendwie Ideen geben, einen Konflikt hervorzurufen. Der wird dann aber größerer sein müssen, damit das ganze Briggs-System ins Wanken gerät. Wie geht es weiter? Ja, wenn ich das wüsste. Ungefähr. Wenn ich das wüsste, ja. Den Blick in die Glaskugel. Irgendwann werden die Europäer, und dazu braucht es kleine Katastrophen wirtschaftlicher Natur, draufkommen, dass wir demokratiemüde sind, kollektiv korrupt, jene wählen, die uns Dinge versprechen, die dann aber andere Dinge noch durchführen. Und man sieht, die drehen uns buchstäblich das Gas ab. Das heißt, ich hoffe es, dass es an der Wahlurne zu einer großen Veränderung in den nächsten Jahren kommt, sonst sind wir tot. Ja, aber wenn Sie sagen, wir wären das neue Moldawien, und das kapieren ja wahrscheinlich noch immer nicht viele Leute. Die Medien tun alles, um uns einzuseifen. Natürlich. Aber schauen Sie, die Medien sind das eine, wenn ich in Rewe an der Kasse stehe, ist das andere. Da kann mir der Armin Wolf noch so viel erzählen. Wenn ich nicht mehr essen kann, und mir nichts mehr leisten kann, dann weiß ich, ich muss was tun. Und noch einmal, ich sage das ganz gerne, aber wenn ich nicht eine Achterl trunken habe, und völlig nüchtern schlafen gehe, weine ich mich in den Schlaf, was ich als Österreicher erlebt habe zwischen 1966 bis 1995, bis wir zur EU gegangen sind. Und was man aus meinem Land gemacht hat, das ist zutiefst traurig. Ich hoffe aber, dass die Menschen über den Kaufkraftverlust, also nur ökonomisch und nicht anders, drauf kommen werden, dass wir jetzt eine Änderung brauchen. Und diejenigen, die uns ansetzen, muss ich mir wirklich anbringen, da gehört ja was anderes auch dazu, ich will das nicht aufarbeiten, aber muss man erwähnen, die haben uns ja zu politischen Gefangenen gemacht. Neun Millionen Österreicher waren politische Gefangene, aber wir fliegen nach China und sagen, ihr müsst die politischen Gefangenen da ein bisschen reduzieren. Und ich hoffe, dass diese Menschen juristisch belangt verfolgt werden und zumindest vom politischen Prozess ausgenommen werden in Zukunft. Ja, ein gutes Schlusswort. Ihr Wort in Gottes Ohr. Noch der Name, der Begriff, damit man in Zukunft, wenn man doch jemals irgendetwas lesen sollte von dieser neuen Wunderstadt in Saudi-Arabien, damit man aufhorcht, wie heißt es dort? Neum heißt das Projekt. Neum? Ja, Neum. The Line ist diese Stadt, das ist das Vorzeigemodell. Und das ganze Projekt, und da kann man wirklich die interessierteren Zuschauer auffordern, Vision 2030. Vision 2030 erstellt von Bin Salam und seinen Wirtschaftsberatern. Das ist so umfangreich, dass es fast unvorstellbar ist, was die dort machen und wie schnell das geht. Weil sie haben Geld, sie haben Ressourcen, Energie, sie haben alles. Und das ganze zu einem hervorragenden Preis. Sie haben gesagt 4 Cent. 4,6 Cent Kilowatt. Kann man machen. Der Durchschnittspreis hier bei uns momentan. Ich glaube 23 und in Deutschland 40 oder so. Also was soll's. Da kann man nicht mithalten als Industriestandort. Nicht nicht. Wettbewerbsfähig. Nein. Sie werden uns auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Gerne. Wenn Sie in Dörben oder in Johannesburg, es ist noch offen, wo die Präsentation der neuen Währung sein werden wird, der Brigstaden und die neuesten Trends und Entscheidungen berichten. Also wir freuen uns darüber. Vielen Dank und ich denke unsere Seher auch. Danke vielmals. Herr Bachemann, vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Dankeschön. deible tiden nur noch da. Und wieder die Sie mit der Einladung noch einnehmen. Gerne. Danke. 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 Halbwinde. Danke. Danke.